Hi, ich bin Martin und ich bin einer der beiden Parteivorsitzenden von der Partei Die Linke. Warum ausgerechnet Die Linke? Weil ich tief davon überzeugt bin, dass wir mehr soziale Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft brauchen. Waffen für die Ukraine, ja oder nein? Nein. Wie soll der Ukraine denn dann geholfen werden? Diplomatisch, politisch, wirtschaftlich, finanziell und humanitär. Okay, das versucht man ja bisher auch, aber irgendwie hilft es nicht so viel. Der diplomatische Druck ist nicht stark genug und hat bislang noch nicht dazu geführt, dass sich die beiden Kriegsparteien an einen Verhandlungstisch gesetzt haben, um wirklich ernsthaft über einen dauerhaften Frieden zu verhandeln. Und der muss immer stärker werden und immer weiterentwickelt werden. Was haben Sie eigentlich gegen die NATO? Die NATO ist kein Wertebündnis und hat bislang auch noch keinen Krieg verhindert. Und was haben Sie gegen reiche Leute? Ich finde die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft unerträglich und ich mag es nicht, dass einige sich auf Kosten der Arbeit anderer bereichern. Vielen Dank.